Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, meine lieben Geschwister, und willkommen zurück zu meinem Kanal. Mein Name ist Jibril und wir reagieren heute zu einem Video, welches heißt Diesen Menschen erklärt Allah den Krieg. Worte zum Nachdenken. Meine lieben Geschwister, ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Ich zähle wieder mal auf drei. Eins, zwei, drei, let's go! O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und verzichtet auf das, was noch übrig ist an Zinsen, wenn ihr gläubig seid. Und wenn ihr dies nicht tut, dann seid gewarnt. Dann seid gewarnt vor einem Krieg mit Allah und seinem Gesandten. Allah und sein Gesandter rufen Krieg gegen euch aus. Wir erleben zur Zeit die vielleicht größte finanzielle Krise der Menschheitsgeschichte. Niemand weiß, was gerade passiert. Wo geht das ganze Geld hin? Es verschwindet einfach. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala dazu im Koran? Yamhaqullahu rriba Allah wird deine Gewinne aus Zinsgeschäften in Luft auflösen. Allah lässt den Zins dahin schwinden. Yamhaqullahu Also dahin schwinden lassen. Wa yurbis sadaqat Und die Almosen vervielfacht Allah. Als du dein Geld gespendet hast, bist du einen Handel mit Allah subhanahu wa ta'ala eingegangen. Deine Spenden sind eine Investition, die Allah subhanahu wa ta'ala vervielfachen wird. Allahu Akbar Bei Zinsgeschäften ist es genau anlassbar. Du glaubst zwar, du hast Gewinn gemacht. Du siehst deine Erlöse buchstäblich auf dem Konto. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird Wege schaffen, dein Geld dahin schwinden zu lassen. Allah und sein Gesandter erklären dir Krieg. Wie kannst du da noch ruhig schlafen? Reba ist der Zins. Und Zinsen sind einer der Gründe, wieso die Armut auf der Welt immer weiter wächst. Was bedeutet Reba genau? Reba ist ein Austausch zwischen zwei Geldbetrieben. Zum Beispiel bekommst du für 100 Euro 120 Euro zurück. Es erscheint dir so, als hättest du 20 Euro Gewinn gemacht. Geld wird durch Geld erzeugt. Aber nicht, indem du Handel betrieben hast. Du hast nicht beispielsweise fremde Währungen gekauft. Auch hast du nicht eine Ware gekauft und verkauft. Nein, du hast keinen Handel betrieben. Dasselbe Geld ist einfach vermehrt zurückgekommen. Bei großen Staatskrediten nicht nur vermehrt, sondern vervielfacht. Und genau das passiert bei Krediten. Du leistest dir 10.000 Euro von einer Bank und musst dir dafür 12.000 Euro zurückzahlen. Diese Differenz ist Reba. Zinsen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es 12.000, 11.000 oder 10.000 Euro sind, die du zurückzahlen musst. Was zählt, ist, dass es ein Zinsgeschäft ist. Und dieses Zinsgeschäft führt zu Armut. Es vermehrt sich nur scheinbar. Ganz wichtig dabei ist, bei Reba gibt es immer drei Schuldige, denen Allah Krieg und Armut verspricht. Erstens, diejenigen, die den Zins annehmen. Zweitens, diejenigen, die den Zins bezahlen. Und drittens, diejenigen, die dazu verhelfen, indem sie zum Beispiel den Vertrag aufschneiden. Wenn wir jetzt noch einmal die Verse hören, werden sie für uns Sinn ergeben. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und verzichtet auf das, was noch übrig ist an Zinsen, wenn ihr gläubig seid. Und wenn ihr dies nicht tut, dann seid gewarnt vor einem Krieg mit Allah und seinem Gesamt. Der Zins gibt einer Gruppe von Menschen die Möglichkeit, das Vermögen von anderen Menschen in Besitz zu nehmen. Ja, sogar das Vermögen ihrer Kinder und Enkelkinder. Mehrere Generationen werden auf diese Weise ausgebeutet. Durch einen Vertrag mit Zinsen. Ganze Länder sind davon betroffen. Es entstehen internationale Staatsschulden. Banken geben den Ländern Geld und verzinsen ihre Leihgei. Die Supermächte zwingen seit der Kolonialzeit Ländern der dritten Welt solche Kredite auf. Das betrifft in erster Linie die Länder der islamischen Welt. Wie ihr wisst, ist es ja nicht gerade so, dass unsere Länder arm an Bodenschätzen sind. Es ist nicht so, dass wir diese Kredite nötig hätten. Aber sie wurden uns seit dem Ende des 19. Jahrhunderts aufgezogen. Das ist eine moderne Art der Versklavung. Was passiert dann? Diese Länder können im weiteren Verlauf die enormen Zinsen nicht zurückzahlen. Obwohl der ursprüngliche Betrag längst beglichen ist, bleiben die Länder weiterhin verschuldet. Also nehmen sich die Banken die Schulden in Form von Besitz und Ländereien zurück. So werden ganze Länder in Besitz genommen. Eine Schuld, die aus einem Haram entstanden ist und nicht mehr zurückgezahlt werden kann. Du legst Geld auf die Bank und du bekommst Zinsen dafür. Dem Anschein nach vermehrt es sich. Aber Allah wird dieses Geld dahin schwinden lassen. Du entrichtest die Zaka oder gibst Sadaqah. Dem Anschein nach wird dein Geld weniger. Aber Allah wird dein Vermögen vermehren. Was ist die Alternative zur Rewa? Was muss ich tun, wenn ich mein Geld auf islamische Weise vermehren möchte? Allah sagt, und Allah hat den Handel erlaubt und das Zinsgeschäft verboten. Handel ist erlaubt, sagt Allah, solange du nicht mit verbotenen Gütern handeln willst. Manchmal glauben wir, wir könnten der Armut entkommen oder unseren täglichen Bedarf decken, indem wir Geld von einer Bank leihen. Aber sei dir bewusst, das wird dir erst recht Armut bringen. Mein Bruder, meine Schwester, was ist los mit mir? Hast du denn vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Arra sagt, dass nur er der Versorger ist? Wie kannst du es zulassen, dass dich Schaitan in Versuchung bringt, einen Kredit aufzunehmen, wo Schaitan dir doch nichts anderes außer Armut verspricht? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Schaitan droht euch Armut an und befiehlt euch Schändliches. Manchmal, liebe Geschwister, kann der Zorn Allahs dich so weit ins Verderben führen, dass es keinen Weg zurück gibt. Das ist, wenn du darauf bestehst, die Grenzen Allahs zu überschreiten. Wenn du die Dunya zum Preis der Akhirah erwerben willst, dann öffnet dir Allah eine Tür. Diese Tür wird dir vielleicht Wohlstand bringen. Sie wird dich aus deiner Armut locken. Aber das ist nur der Anfang vom Ende. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Diejenigen, die das Leben der Dunya und ihre Pracht begehren, wollen wir für ihre Werke darin voll belohnen. Und ihnen wird in ihr nichts abgezweckt werden. Wenn du dich also entschließt, diese Dunya zu erwerben, dann wird dir Allah diese Dunya gewähren. Noch mehr sogar. Allah wird dich in der Dunya voll belohnen. Aber diese sind es, die im Jenseits nur das Höllenfeuer zu erwarten haben. Hinfällig ist dann, was sie gemacht haben und zunichte wird, was sie getan haben. Sei gewarnt, mein Bruder, denn du hast damit die Dunya zum Preis der Akhirah erbaut. Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns. Wenn ihr darauf besteht, dann seid gewarnt vor einem Krieg mit Allah und seinem Gesandten. Möge er subhanahu wa ta'ala unsere Herzen festigen. Und umgekehrt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Das Gleichnis zwischen denen, die ihr Vermögen auf dem Wege Allahs ausgeben, ist, wie das eines Saatkorns. Ein Saatkorn gibt Wachstum für sieben Ehren. In jedem dieser sieben Ehren liegen weitere hundert Saatkörner. Also bildet ein Saatkorn siebenhundert neue Saatkörner. Aus einem Euro auf dem Wege Allahs werden siebenhundert. Und das ist das Mindeste. Denn Allah beendet den Vers mit und Allah vervielfacht es weiter, wem er will. Wir müssen dieses Verständnis in unseren Köpfen verankern. Ja, meine lieben Geschwister, ein sehr interessantes Video über den Zins. Allah sagt deutlich im Koran, Allah hat den Handel erlaubt und den Zins verboten. Und wenn Allah etwas im Koran erlaubt hat, dann ist es, weil es uns Gutes bringt. Und wenn er etwas verboten hat, dann weil es uns Schlechtes bringt. In der Vergangenheit hat es schon immer Tyranne gegeben, die die Menschen versklavt, ausgebeutet und auf brutaler Weise ermordet haben. Wie zum Beispiel der Pharao. Er hat sich selber als Gott dargestellt und die Menschen versklavt. Und er war einer der schlimmsten Tyranen, die es überhaupt auf dieser Erde gab. Und immer noch heute auf dieser Erde gibt es Tyranne, die immer noch das Gleiche machen. Habt ihr euch denn nie gefragt, wieso es so viel Armut auf dieser Welt gibt? Ist das einfach nur Zufall? Oder hat es einen bestimmten Grund, wieso das so ist? Wie viele Länder gibt es, die heute immer noch in Armut leben? Nichts zu essen haben, nichts zu trinken, keine Kleider, nicht mal ein Dach über dem Kopf. Und es hat genug für alle auf dieser Erde. Genug für alle. Ich meine, guckt mal, wo wir hier leben. Ich habe hier alles und sogar noch mehr. Hier, wo wir leben, sogar wenn du nichts hast, hast du viel. Du hast immer noch eine Wohnung, du bekommst zu essen, du wirst unterstützt. Also wenn du hier bei uns nichts hast, hast du immer noch viel. Und dann gibt es hier Menschen, die alles haben und sogar noch viel mehr. Die fahren jeden Tag in einem BMW oder in einem Mercedes herum und beklagen sich, dass sie das nicht haben oder dies nicht haben. Obwohl sie jeden Tag den Kühlschrank voll gefüllt haben. Ein Haus haben. Reichtümer. Sie beklagen sich über ihr Leben, aber sie haben alles und sogar noch viel, viel mehr. Dann gibt es Länder, die wirklich überhaupt nichts haben. Nur ihre Familie, ein bisschen was zu essen. Trotz all diesen schlimmen Dingen, die passieren, haben sie trotzdem ein Lachen auf. Und versuchen jeden Tag das Beste daraus zu machen. Meine lieben Geschwister, ich hoffe, ihr habt etwas Neues gelernt. Auf diesen Kanal kommen regelmäßig Videos. Wenn ihr ein Video habt, zu dem ich reagieren soll, dann postet den Link doch bitte in die Kommentare und ich werde es mir inshaAllah anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte ein Like, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns inshaAllah beim nächsten Video wieder. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Bis zum nächsten Mal.